jo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal sorry gleich mal dass das video nicht wie versprochen letzte woche schon kam sondern ist heute kommt aber ich habe privat momentan einfach eine menge zu tun und das ist auch der grund warum in letzter zeit relativ wenige videos von mir online gekommen sind ja das kann es auch noch glaube ich wenn nicht ein zwei wochen dauern ist das wieder normal so weiter geht mit den videos aber ich versuche dass das halt sich so schnell wie möglich ist alles erledigt der grund des heutigen video ist ja das giveaway und zwar gibt es zweimal eine m4 1 s x zu gewinnen und zwar gibt es die auf zwei verschiedenen varianten zu gewinnen haben die erste geht über den link raus also wie gewohnt erste link der video beschreibung und die zweite geht raus wie beim adventskalender zum beispiel über die kommentare beziehungsweise werde ich mit einem random kommentar pick erhalten kommentar auspicken wie das der name auch schon sagt und zwar muss nicht nur das kommentar also dass das kommentar gewertet wird müsste dieses video positiv bewerten und dieses video positiv bewerten und ein abonnent meines kanals sein also ja nichts allzu schwieriges sage ich mal dann war es dann auch gleich wieder also vielleicht ist noch interessant zu sagen dass das video glaube ich bis das video das giveaway bis sonntag geht also sonntag nächste woche sprich in 12 tagen oder was das sind 13 tagen und ja dann sage ich auch gleich wieder ciao bis zum nächsten mal euer alex